Alles gut, Juppa. Der Papa. Und Akito Itagaki. 16, 17 Jahre, Schürze Wieserwald. Spielt mit Penrose. Er durfte auch schon 2-3 Mal in der Bundesliga spielen beim TSV. Bad Königshofen, wo der Papa der Chefcoach ist. Und Kilian Ortsch. Der einheimische Spieler. Den ich auf bayerischen Schüler- und Jugend- und Erwachsenenmeisterschaften schon unendlich gefilmt habe. Der natürlich auch heute hier Top-Favorit wäre. Aber auch ein Alex Fleming, zweiter Top-Favorit. Ist hier nicht anwesend. Das spart man sich, wenn man Top-2 in Deutschland ist. oder gar Top-5 oder 6. oder gar im Zugwechsel. Das ist mein super Schuss. Bogen. Spannende. Spannende. Bogen. Lass uns mit 책st. Oh, nice! Oh, nice! Oh, nice! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.